Musik Ja, den Geländewagen habe ich gebaut. So, erstens, er kann sehr viel. Man kann draußen im Fernsehen gucken, das ist immer dran, auf beiden Seiten. Und sogar Getränke sind unten angebaut. Und eine Pizza auch, mit Rost drüber, damit sie nicht mit Matsch gespritzt. Oben ist eine Bank, kann man abbauen. Das ist die Inneneinrichtung. Erstmal, da ist eine Schaufel. Und da ist eine Motorsäge. Da ist ein Bett. Da könnte man auch noch ein Bett dran machen. Ja, und hier ist ein Fenster. Und da ist ein Fenster. Da kann man sich dran klammern, wenn da Wasser ist. Und hier geht man rein. Bei jedem Loch. Und auch noch eine besondere Sache. Das Dach kann man aufklappen. Und man kann da so mittel damit fliegen. Zwei Belüftungen, aber leider draußen. Und da ist ein Blinker. Ja. Und da ist ein Blinker. Ja. Und da ist ein Blinker. Und da ist ein Blinker. Da ist ein Blinker.